Hey, hey! Ich zeige euch heute, wie ihr mein Katzenhaus für Lotte und Bärbel ganz einfach selbst aus Karton nachbauen könnt. Ich habe mir für das Katzenhaus selbst eine Vorlage gebastelt, die ihr euch in der Infobox downloaden könnt. An Materialien benötigt ihr einen sehr, sehr großen Karton oder mehrere Kartons, die ausgedruckte Vorlage, einen Rollmeter, einen Bleistift, ein genial, ein Cuttermesser, ein doppelseitiges Klebeband und eine Schere. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr mein Katzenhaus nachbaut, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram ein Foto postet mit dem Hashtag Reingetigert.